Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Jetzt willkommen zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Plug and Play, was bei der Akatsuki Tobi freundlicherweise nach Weihnachten zu Weihnachten geschenkert hat. Vielen Dank dafür. Und ich habe versprochen, ich werde das Let's Play, deswegen tun wir das mal. Ich habe nur keine Ahnung, ich stecke den Stecker in die Steckdose. Er passt nicht. So, Plug and Play. What's the fuck? Wie viele Gelenke haben die denn? Diese Kirchenmusik hier. Was zum Teufel, was ist das denn da oben? Ach, das ist Pause, okay. Was? Was will es von mir? Lass man einfach mal laufen. Ah. So, ist irgendwas passiert? Habe ich was verpasst? Ach, jetzt läuft er aus dem Bild raus. Da ist er wieder. Oh, er ist auch umgefallen. Jetzt rennt der schon wieder los. Was willst du denn? Ne, lauf mal in die Richtung weiter. Was zum Teufel. Oh nein, der Stecker ist raus und plötzlich geht das Licht an. Hey, du. Oh. Okay, dann machen wir einmal die Reihe. What the fuck? Kann ich das rausziehen? Was zum Teufel. Was ist denn das für ein... Ich mach mir wieder Licht an. Ja, und wer haut dich jetzt um? Ach so, der geht einfach weiter. Die ist auch so wie eine Karotte. Machen wir wieder Licht an. Machen wir Licht aus. Licht an. Kann ich irgendwas tun noch? Licht aus. Licht aus. Da kommt ein Stecker. Ah, ich kann den rausziehen. Okay. Ist er jetzt eine Frau geworden? Musst du kacken? Er kackt. Er kackt. Liebe Leute, hier haben wir... Ach so, die hat er gerade gegessen. Mach was. Mach was. Hä? Hä? Was? 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 Was will es von mir? Es ist doof, dass die nie gerade sind. Kann ich da reinstecken vielleicht. In den Schatten hätte ich jetzt gedacht. Mach was. Hui. Ach, ja, geh doch. Was zum Teufel. Ah, ja, genau. Setz dir doch... Ja. Da geht das Licht direkt wieder aus. Ist das nicht schön? Oh, ihr zwei, ihr passt ineinander. Ich will ja nichts sagen. Hi. Hello. Hello. Hi. Äh. Oh, ich hab den Ton noch an. Merk ich gerade. Äh, kenn ich dich? Do I know you? I don't know. Kennst du mich? Do you know me? How could I know? Ich weiß. I know. No, you don't. Yes. Ja. No. Nein. Yes. So laufen Gespräche zwischen mir und Frauen immer ab. Müsst ihr wissen, das ist ganz normal. Ich bin... Ich kenn das also. Ich liebe dich. I love you. I don't think I love you. So laufen Gespräche mit Frauen bei mir auch ab. I love you. I think you don't love me. Doch. Hug me. I'm not sure. Komm schon. Do you listen to me? I do. Sure. Yes. No. Yes. Yes. No. Do you love me? I don't know. I think you love me. I don't love you enough. Neither do I. Do you want to hug me? I'm not sure. I think you love me. I don't think I love you. Are you sure? I think you don't love me. Hug me. I'm not sure. I do love you. I don't. It hurts. I'm leaving. I don't want to hug you. I don't want to hug you. I don't want to hug you. Steckerkopf ist ganz traurig. Nehmen wir mal die Knöpfe wieder raus. Und strecken lieber wieder Strom ein. Der kommt wieder zurück, ja? Ah, sie umarmen sich. Dann ziehe ich ihnen die Stecker aus dem Kopf. Ja. Komm her. Komm zurück, Stecker. Muss da. Rein. Na. Und dann da drin bleiben. Na. Oh mein Gott. Human Centipede. Ja komm, auch noch rein hier. Rein mit dir. Ist genug Platz für alle da. Komm schon. Weißt du willst es auch. Du willst es auch. Ja, der kann da jetzt nicht mehr dran. Human Centipede. Ich sag's doch. Der Human Centipede Simulator. Was zum Teufel. Was zum Teufel. Wer entwickelt denn solche Spiele und warum? Müssen die um? Ah. Ich kann gar nichts machen. Wisst ihr Bescheid? Wird halt nur. Kommt nicht viel Reibung zustande, weil das da festhält. Kommt nicht viel Reibung zustande. Kommt nicht viel Reibung zustande. Kommt nicht viel Reibung zustande. Diese Musik ist einfach der Gnade. Dann ja, danke. Okay. Er hat keine Lust mehr auf Human Centipede. Genau, dann geht er einfach. Und wir stecken jetzt den Finger in die Steckdose. Oh. Bär. Ach, da oben steht End. Ach so, okay. Bär. So funktioniert Sexualität bei Männern. Bär. Und es sind nicht 50.000 Schalter wie bei Frauen. Nein, bei Männern ist es ein Schalter, den man drückt und dann... Vielen Dank, lieber Akatsuki Tobi, für dieses Spiel. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und bis zum anderen Let's Play. Euer Rainbird. Ich verliere den Glauben an die Menschen. Macht's gut. Tschüsschen. 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 Tschüsschen.